Hallo liebe Zuschauer, jetzt schauen wir uns an, wie man Kundenaufträge in OneSeaDrive verwalten kann. Wir gehen zu Verkauf, Kundenaufträge und hier wird die Liste der Kundenaufträge angezeigt. Wir sehen Statusinformationen über die Lieferung, über die Zahlung, ob der Auftrag noch aktiv ist oder nicht und den Gesamtstatus des Auftrags. Wenn wir nun einen beliebigen Auftrag reinklicken, sehen wir den Kunden und gelangen von dort direkt in die Kundenstammdaten. Hier haben wir die allgemeinen Informationen über den Kunden, eventuell vorhandene Verträge, Zahlungsbedingungen und so weiter. Sobald die Produkte ausgewählt sind, können wir eine Gewinnschätzung vornehmen, um sicherzustellen, dass der Auftrag profitabel ist. Hier sehen wir, dass die Kosten der Ware nach verschiedenen Methoden berechnet werden können und wie können die Kosten für den gesamten Auftrag oder für einzelne Artikel darstellen. In diesem Fall haben wir den Gewinn von 90 Euro und können einschätzen, ob wir unserem Kunden einen eventuell angefragten Rabatt gewähren können. Machen wir doch mal 5% Rabatt. Alle Daten werden nun in den Kundenauftrag übertragen und hier können wir nochmal die Zahlungsbedingungen und die Lieferbedingungen überprüfen. Wenn der Auftrag ausgeführt wird, können wir in der Gewinnschätzung sowohl das geplante Ergebnis sehen, wie auch das tatsächlich erwirtschaftete zum Zeitpunkt der Lieferung.